Einen wunderschönen guten Samstagmorgen. Heute mal eine ganz entspannte, direkte Begrüßung in diese wunderbar neue Folge mit dem 1. FC Nürnberg. Herzlich Willkommen zu unserem wunderbar fränkischen YouTube-Projekt. Und erstmal wünsche ich euch natürlich ein wunderschönes Wochenende. Es ist Samstag, Freunde. Bei mir ist es gerade noch nicht mal 9 Uhr. Ich habe einen herrlichen Kaffee am Start und freue mich auf die Folge gegen Elversberg. Die werden wir heute angehen. Ihr habt es ja mitbekommen. Wir haben das ja in den letzten drei Folgen näher uns angeschaut. Es ist so ein bisschen eine krisige Stimmung in Nürnberg, im wunderschönen Frankenland. Ich glaube, dass so eine Phase innerhalb einer Saison mal kommen kann, auch bei den absolut erfolgreichsten Teams einer jeweiligen Liga. Das ist irgendwo auch normal, aber wir müssen natürlich so ein bisschen gucken. Es gab gegen Leipzig ein 0-3, gegen den KSC ein 0-0 und gegen Düsseldorf ein 0-1. Das heißt, ihr seht schon alleine, in den letzten drei Spielen keinen einzigen Treffer erzielt. Und wenn ihr keinen Tor maßt, Freunde, da kommt jetzt eine absolute Floskel, dann kannst du nun mal nicht gewinnen. Aber ich bin guter Dinge, dass das sich heute gegen die Sportvereinigung 07 Elversberg wieder besser gestalten wird. Es ist ein Sonntagsspiel, 13.30 Uhr. Das heißt, die ein oder andere Mannschaft, der ein oder andere Konkurrent, der hat bereits vorgelegt. Und dementsprechend können wir dann mal gucken, wie wir da nachziehen können. In dem Sinn, wenn es euch heute wieder gefällt, gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Wenn ihr mehr sehen wollt, Abo da lassen, nichts verpassen. Checkt sehr, sehr gerne die Links unten in der sogenannten Videobeschreibung, wenn ihr euch zum einen den FM holen wollt. Oder wenn ihr auf Twitch vorbeischauen wollt, da auch die Info für euch. Die Leute, die in den Livestreams mit dabei sind, die wissen das mittlerweile jetzt, just in diesem Moment. Zumindest, wenn die Folge gerade online geht am Samstag um 11 Uhr, ist ja das der Fall. Dann sind wir auf Twitch live und es gibt leider Gottes schlechte Neuigkeiten, wenn man so will. Auf der einen Seite schlechte Neuigkeiten, traurige Neuigkeiten. Auf der anderen Seite natürlich auch irgendwo gute Neuigkeiten, wenn man so will. Denn heute, jetzt in diesem Moment, sind die letzten Minuten unseres SBIRG-Saves. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Wir spielen den Save seit offiziellem Release des FM. Nahezu täglich auf Twitch für mehrere Stunden. Und jetzt ist es vorbei. Wir werden ab Mitte nächster Woche in ein neues Projekt starten. Ich kann euch schon mal so viel verraten. Es wird eine wunderbar herrliche Journey sein. Das heißt, wir werden wieder arbeitslos starten und versuchen, uns hochzuarbeiten. Wie da genau die Regeln aussehen, ob wir sagen, wir wollen in Südamerika zwingend starten oder wir lassen das komplett offen. Das werden wir mal sehen. Aber das für euch zur Info. Ab nächster Woche geht es dann rein in unser zweites großes Twitch-FM-Projekt, nämlich in die Journey. Ich bin sehr gespannt. Vorher übrigens, nicht wundern, werden wir auch Anfang, Mitte nächster Woche oder eher Anfang nächster Woche nochmal in unserem SBIRG-Save. Da läuft der Vertrag jetzt aus oder ist dann mittlerweile ausgelaufen. Werden wir nochmal ein paar Saisons voran simulieren, als arbeitsloser Trainer, um zu gucken, was aus SBIRG passiert, ob wir eine gute Grundlage geschaffen haben. Das soweit als Info für euch. Aber ich will gar nicht zu sehr natürlich über das andere Projekt in diesem Projekt reden, weil wenn wir innerhalb von Projekten nur über andere Projekte reden, dann wird das irgendwie zu sehr und zu komisch und überhaupt. Deswegen machen wir das nicht. Ich habe so ein bisschen eure Kommentare gelesen und bin sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht mit einem Mats Möller-Dehli, der jetzt zurückkommt, mit einem Teil an Duman, den wir dann auch wieder mit zusammen hier im Mittelfeld haben können. Ob das schon unsere größten Probleme löst? Ich meine, wenn ihr mal reinschaut, dann seht ihr hier, vor allem wenn wir mal die drei nehmen, das ist halt zumindest, was zuletzt auf dem Platz stand, nicht so wirklich viel. Wir sind mittlerweile an Spieltag, jetzt lassen wir mal gucken, 23 und haben hier einen Kanja mit einem Tor, einen Okonuki ohne Tor und einen Hangbo mit zwei Toren. Das ist natürlich nicht ganz so gut. Ein Riccardo Pepi mit seinen elf Treffern, gemeinsam mit Limnius, die beiden Top-Torschützen. Limnius, der jetzt wieder mit reinrotieren kann, aber auch in einer absolut schlechten Form ist. Pepi, der noch insgesamt fünf bis zehn Tage verletzt ist. Das heißt, der wird auf jeden Fall gegen Elversberg fehlen, der wird auf jeden Fall gegen Hertha fehlen, das ist eine englische Woche. Der wird gegen Dresden fehlen. Ich denke dann gegen Schalke so halbwegs zurück sein und dann ab Rostock wieder voll im Saft stehen. Aber das sind noch ein paar Spiele zu, in Anführungszeichen, überbrücken, ohne einen Top-Torschützen da vorne im Sturm. Aber natürlich auch weiterhin die Chance für Julian Kanja, jetzt da richtig Gas zu geben und den nächsten Schritt zu machen, um sich eventuell ein bisschen festzuspielen. Ist für ihn, glaube ich, auch eine gute Möglichkeit, weil er ja weiß, dass Pepi nächste Saison nicht mehr da ist. Dann ist er nicht mehr da. Kann Kanja in diese Fußstapfe, in Anführungszeichen, treten, beziehungsweise da zumindest auf sich aufmerksam machen. Wir werden sehen. Es geht gegen Rüdiger Riem. Ich bin sehr gespannt. Elversberg natürlich vom Namen her absolut schlagbar. Wir müssen auch gar nicht großartig was machen. Deswegen klicke ich ja immer mal wieder oben auf Fortfahren. Außer es tut sich nochmal was auf. Aber wir haben, glaube ich, in der letzten Saison mitbekommen, wie Elversberg dann auch unterwegs war. Also die haben ja eine brutale Saison als Aufsteiger gespielt. Man sagt dann aber ja auch so schön. Sagt man schön? Man sagt so schön. Das zweite Jahr ist das Schwierigste, ja, wollte ich sagen. Ich bin gerade am überlegen. Aber ja, ich mache das. Ich werde aber, glaube ich, alle, die ich mal für die zweite Mannschaft verfügbar machen will, mache ich, glaube ich, mal maximal 45 Minuten. Also, Lino Carsten vielleicht mal ausgenommen. Das heißt, ich soll mal so ein bisschen Spielpraxis sammeln. Aber wir spielen ja auch schon wieder bald. Auch einen Mats Möller-Dehli. Aber den lasse ich mal aus und vor. Ich glaube, gegen Elversberg wird der von Beginn an spielen. Kanji Okonuki werde ich auch mal 45 Minuten geben. Benito Rahman auch nochmal 45 Minuten. Ein Limnios wird da wieder mit reinrutieren. Eventuell auf links vorne. Ein Can Uso und wenn Möller-Dehli auf der 8 ist. Alter, Bonasa. Mit einer 4,9 im Training. Also, ich habe schon viel gesehen. Aber eine 4,9 habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Freunde, Freunde, Freunde. Wie kann man denn eine 4,9 im Training machen? Also, du kriegst ja allein gefühlt eine 5, wenn du nicht da bist. Naja. So. Wir gehen nochmal ein paar Tage voran. Das passt. Die Form von Elversberg, die zuletzt mit 2-0 gegen Kiel gewonnen. Niederlage unentschieden. Niederlage Osnabrück besiegt. Elversberg auf Rang 14. So im absoluten Abstiegskampf mit drin. Allerdings, wenn man das sieht, auch 8 Punkte Vorsprung auf Kiel. Auf den direkten Abstieg. Also, ich glaube, für diese zweite schwierige Saison, die wir angesprochen haben, kann Elversberg da echt zufrieden sein. Beziehungsweise sind da definitiv im Soll. Das hätte schlimmer laufen können. So. Freitagabend war scheinbar kein Spiel. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Wir gehen rein in den Samstag, 22. Februar 2025. Rüdiger Rehm schreibt oder sagt, Lukas weiß, was er tut. Von daher werden wir nicht übermütig. Wir müssen mit Bedacht an die Sache rangehen, wenn wir gewinnen wollen. So schaut es aus. Klaus Weber und Louis Roth werden beide Profis. Aktuell Spieler für die Regionalliga. So ist es. Weiß ich gar nicht. Sind die dann auch? Die spielen aktuell noch für die zweite. Aber ich glaube, das können wir erst mal lassen. Unsere U19 gewinnt mit 3 zu 0. Steht auf Platz 1. Kerim Bakir mit zwei Buden. Wunder, wunder, wunderbar. Der 18-Jährige. Das ist doch schön. Und Puerta ist krank. Der Mann hat die Grippe. Okay. Puerta wird also schon mal nicht spielen. Ist nicht schön. Aber kann man noch halbwegs drüber hinwegsehen. So, wir gucken mal rein. KSC gegen Magdeburg 1 zu 1. Die Hertha gewinnt 3 zu 0 in Kiel. Köln besiegt Duisburg. Die Westforsstadt besiegt Braunschweig. Rostock gegen Osnabrück 1 zu 1. Düsseldorf gegen Pauli 1 zu 1. Das heißt, das ist die Ausgangssituation, meine Damen und meine Herren. Wir können durchaus einen ganz guten Schritt machen. Vorne, die beiden sind schon 5 Punkte weg. Das ist das in Anführungszeichen Negative. Nach unten mit einem Sieg werden es 4 Punkte auf die Hertha. Wären es 5 Punkte auf Pauli. Eventuell auch 5 auf Paderborn. Paderborn, also so mehr oder weniger den alten Vorsprung können wir da wieder herstellen. Zweite gewinnt auch 4-2 Doppelpack von Erik Weckesser. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und dann heißt es rein in die Mannschaftsaufstellung. Rein in die wunderbar herrliche Mannschaftsaufstellung. Wie wollen wir diese Truppe aufs Feld schicken? Das ist die große Frage. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist jetzt wieder der Moment, wo ich ganz gerne einen Twitch-Chat hätte. Im Sinne von, dass ich live mit euch interagieren kann. Paderborn übrigens gegen Schalke. Also mal gucken, auch so ein bisschen ein Duell von Verfolgern. Darmstadt gegen Dresdner. Und zwar, wie so das Gefühl ist, jetzt so kurz vorm Spiel. Was habt ihr für so ein Gefühl? Wie denkt ihr, wie würde das ausgehen? Also gar nicht so, ich will einen reinen Ergebnistipp von euch. Sondern eher, was meint er? Ist es eine gute Stimmung? Wird das heute was? Sind wir positiv? Oder denken wir uns eher, ah, ah, mal gucken. So, ich stelle auf jeden Fall mal schnell auf. Also, wir brauchen einen Thailan Duman wieder. Und wir brauchen einen Mats Möller-Delhi. 45 Minuten kann er spielen. Die gebe ich ihm aber auch direkt mal. Die Benedetto darf dafür mit. Kastrop 75 darf mit. Horn Bonasar. Die möchte ich mal ganz gerne wieder tauschen. Ich habe immer ganz gerne die beiden Außenverteidiger erst. Und dann den potenziellen IV. Ähm, Kastrop Di Benedetto Okunuki Hangbo Benito Raman. Frage eines Erik Weckesser. Hat jetzt getroffen. Pusht ihn natürlich. Könnte man mitnehmen? Mh, 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 mh. Allerdings, wen nehme ich dann raus? Dann müsste ich ein Handwerk rausnehmen. Machen wir das nicht? Ich glaube, wir machen das nicht. Ich glaube, wir werden es so lassen. Ich glaube, wir werden es so lassen. Ey, wir spielen zu Hause. Das heißt, wir bleiben definitiv auf kontrolliert. Ich mache das Tempo mal ein bisschen geringer. So ein klein wenig. Ähm, das lasse ich auch. Ich bin am überlegen. Machen wir das mit den hohen Flanken? Wir lassen es mit den... Ich glaube, ich mache mal variable Flanken. Ich möchte mal über variable Flanken gehen. Vielleicht sind wir da ein bisschen weniger ausrechenbar am Ende. Und Kanja kann das auch durchaus am Fuß. Und die Abwehrreihe stelle ich auch mal eins höher gegen, gegen, äh, Elversberg im, im Heimspiel. Okay. Nicht lang schnacken, Freunde. Wir gehen rein. Möller-Deli eine Halbzeit. Aber das ist jetzt so die Truppe, die uns erstmal dahin gebracht hat, wo wir gerade stehen. Eine sehr eingespielte Mannschaft. Eine Mannschaft, die weiß, wo der andere steht, was der andere macht. Und das ist dementsprechend, ähm, die Idee dahinter. Wenn viele Dinge nicht zusammenlaufen, also vielleicht jetzt bis auf Kanja vorne, ne. Der hat, da war eher Pipi gestanden, aber der ist ja verletzt. Aber wenn Dinge nicht passen, ähm, dann auch vielleicht Altbewährtes hoffen. Und nicht alles komplett neu umkrempeln. Das ist so ein bisschen die Idee. Vor allem, wie angesprochen, ich sag's jetzt schon mehrmals, ne. Aber in einem Heimspiel gegen, älversberg. Freunde, gehen wir's an. Was gibt es heute hier zu sehen? Schaffen wir es heute, endlich mal wieder ein Tor zu schießen und dann darauf folgend, auch einen Sieg einzufahren? Ich bin sehr gespannt. Erster Angriff, Katerbach. Thailand, Dumann, Florian Flick. Jäcke. Auf Katerbach. Zieht da in die Mitte. Verliert ihn aber gegen Boyamba. Aufpassen jetzt, nicht früh einen Gegentor kriegen. Gut von Flick. Aber Freunde, Kaffee ist einfach sowas Geiles, ne. Man muss es einfach sagen. Uh. Gefährliches Ding. So ein Käffchen ist einfach schön. Ja. Ist einfach schön. Chanusen mit dem Solo. Wird gefoult. Semijahin. Meiner Meinung nach eine gelbe Karte, die das eigentlich geben muss. Schiedsrichter gibt sie nicht. Thailand, Dumann. Das ist gerade noch so ein bisschen zu ungenau, habe ich das Gefühl bei uns. Zumindest, wenn man die Highlights sich ansieht. Boyamba über links. Flanke kommt rein. Schnellbacher ist da. Martina hat ihn. Nächster Angriff Elversberg, aber der ist zunichte gemacht. Thailand, Dumann. So, ich möchte jetzt mal einen guten Abschluss sehen. Limnios. Auf Kanja mit dem Abschluss war nicht mal abseits. Doch, war abseits. War abseits, war abseits. Schön durchgesteckt. Und wir ermutigen zum ersten Mal. Das wird jetzt scheinbar ein wenig besser. Ein wenig dominanter. Wir haben zwar sehr viel Ballbesitz, aber insgesamt, das muss man so sagen, Elversberg. Gut von Martina. Nee, da war gar nicht mehr dran. Elversberg trotzdem mit mehr Ansätzen. Da sind jetzt noch keine wirklich gefährlichen Chancen dabei. Aber wir tun uns schwer in der Offensive. Das, was sich die letzten Wochen bewahrheitet hat, das passiert hier einmal mehr. So, Nathaniel Brown sieht die erste gelbe Karte der Partie. Und ich fordere mal ein bisschen mehr. Hier seht ihr das auch anhand des Matchmomentums. Es ist wirklich was, wo wir uns sehr, sehr schwer tun aktuell. Das fehlende Selbstvertrauen, der fehlende Mut. Das merkt man. Alles, was so ein bisschen in der Anfangsphase oder in den letzten Wochen der Saison bis vor diesen krisigen Zeiten ganz gut funktioniert hat, das fehlt jetzt. Aber da kommen wir wieder hin, keine Sorge. Limnios. Schöner Ball, Thailan Duman. Nächste Möglichkeit. Kein Foul, nochmal Limnios. Wird den ablegen, die wird den flanken. Can Usun angeschlagen, sehe ich gerade. Schauen wir uns gleich an. Thailan Duman. Yelch. Usun, da ist er. Leg ihn lieber ab, mach's ruhig. Jawohl. Nathaniel Brown geht da oben. Nicht ins Dribbling. Ball auf. Yelch. Der war gefährlich. Möller-Deli fliegt. Das ist jetzt schöner Fußball. Thailan Duman. Was ein Ball? Möller-Deli kriegt die nicht unter. Traumhafter Fußball in Minute 27. Aber der Treffer will nicht fallen. Was hat Can Yelmas Usun Knie? Das ist bitter. Das ist sehr beschissen, Freunde. Das heißt, den werden wir aber mit ganz großer Sicherheit mal rausnehmen. Bringe ich einen Joe Hangbo? Bringe ich einen Okunuki? Bringe ich einen Raman? Raman, nicht wirklich Chancen mehr bekommen in letzter Zeit. Ich bringe ihn. Oh, Usun, Frau, an den Daumen drücken. Die Verletzung sah ja nicht ganz so gefährlich aus. Zumindest konnte er weiterspielen und so. Aber hoffentlich hat er sich da irgendwie nur, weiß ich nicht, was getan. Das können wir jetzt wirklich absolut nicht gebrauchen. Ein langer Ausfall eines Can Yelmas Usun. So, wir ermutigen einmal. Ich werde mal ein bisschen kreativer spielen. Ich werde das hinter dem Leihofen rausnehmen und den Pass in die Tiefe dafür spielen. Während Julian Canja auch den gelben Karton sieht. Ambros. War, glaube ich, was? Ja, war die Ecke. Martina dran. Kann ihn klären. 34. Minute. Paderborn führt auf Schalke. Nee, zu Hause gegen Schalke. Pinkert. Der Ball die Linie entlang gespielt. Karic, der ist zu lang. Also, 10 Minuten ungefähr in Durchgang 1. Eine sehr schön herausgespielte Aktion. Ansonsten immer wieder Möglichkeiten für Elversberg. Und auch der höhere XG-Wert, um mal die Statistik ranzuziehen, für Elversberg. Es ist... Jetzt muss Limnios aufersorgt werden. Ist aber nicht verletzt, scheinbar. Zumindest wird uns nichts angezeigt. Wir versuchen mal, ob wir das mit in der Halbzeit kriegen. Ich werde mal Maß regeln. Hat da scheinbar nur einen Schlag bekommen. Mal schauen, ob sich die Frische wieder erholt. Aber nicht so wirklich. Müssen wir auch noch Limnios rausnehmen, Freunde. Boah, dann kommt es halt auch noch knüppeldick. Ich bin unzufrieden. Ihr müsst jetzt zeigen, wer der Favorit wird. Ihr könnt den Unterschied ausmachen. Ich bin unzufrieden mit dem Abschluss. Ist das bitter, Freunde. Limnios... Boah, ja, wir müssen ihn fast rausnehmen. Schau, Hangbo rein. Zweiter Wechsel in der Pause bei Mats Möller-Dehli. Auch ihn würde ich schon mal rausnehmen und einen Thailand-Dumann hier hinstellen. Und nochmal einen Kastrop, glaube ich, bringen. Aber Möller-Dehli, da können wir dann auch kein Risiko eingehen. Freunde, es ist Halbzeit. Es steht 0-0. Und wir haben den dritten verletzungsbedingten... Was heißt den dritten verletzungsbedingten Wechsel? Aber zwei verletzungsbedingte Wechsel und einen, der daher rührt, dass ein Spieler zurück aus einer Verletzung kommt mit Mats Möller-Dehli. Aber gut, wir gucken mal. 2-0 übrigens Paderborn. Gibt es hier das vierte Spiel in Folge ohne Treffer. Flanke kommt, Christoph hat ihn. Und der Darmstadt führt am Bölle gegen Dresden. So, Matchmomentum in den letzten Minuten der ersten Halbzeit. Und zum Start der zweiten deutlich bei uns. Also wir reißen das Spiel ein wenig an uns und haben da mehr von. Hangbuch. Jetzt müssen wir nur noch das Ausnutzen der Bude machen. Finn Jeltsch, Nathaniel Brown. Kann er die Linie entlang spielen? Benito Ramann. Kann dir heute was zeigen? Der erfahrene Mann, Thailand Uman, abgelegt. Finn Jeltsch, Brown. Schöner Ball, Flick. Kastrop, ganz oben vielleicht. Jekyll, Kastrop, Katerbach. Quer und Tor. Hangbo. Flanke kommt. Rahman! Christoph ist dran. Aber das sah gut aus. Wieder ein schöner Spielzug. Vielleicht ein bisschen zu kompliziert hinten raus. Aber das können wir schon noch. Flick, schöner Ball. Wunderbarer Ball. Hangbo. Nächste Ecke. Nee, Abseits. Es gibt eine Abseitsposition. Brown nächste Möglichkeit, die sich für uns auftut. Es ist mittlerweile ein sehr vernünftiges Heimspiel. Es fehlt nur ein Tor. Bernhard Villatzen. Gut von Thailand Uman. Finn Jeltsch. Auf Jäcke. Katerbach. Oh, ey. Das darf nicht passieren. Das darf natürlich nicht passieren. Oh, Freunde. Es ist der Klassiker. Hast du am Fuß. Hast du am Fuß. 55. Minute. Seit Minute 30 kommt nichts von Elversberg. Denn es ist ein Fehler im Aufbau. Ein ausgenutzter Konter. Und das 1 zu 0. Das ist bitter, Freunde der Sonne. Das ist bitter. Aktueller Stand der Dinge. Wenn er nach unten rechts guckt. Jetzt gerade nicht mehr. Paderborn vorbei an uns. Wir nur noch auf Rang 4. Halt. Ich muss noch bestätigen. Katerbach. Kastrop. Gibt es die prompte Antwort. Er ist gut. Kastrop. Hangbo. Geblockt. Nochmal Kastrop. Katerbach. Flick. Schöner Ball auf Hangbo. Ein Ticken zu lang. Es soll einfach nicht sein. So, Thailand Uman sieht auch nochmal gelb. Wir gehen in Minute 62. Nächster Angriff. Hangbo. Nimmt nochmal Jekyll mit. Florian Flick. Schöner Ball auf Katerbach. Hangbo. Abgelegt. Kastrop. Junge. Geblockt. 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 Hier wird so viel geblockt. Das ist ja Wahnsinn. Geld. Schau mal. Wir kriegen einen Angriff nach dem anderen. Und die eine einzige Aktion, die wir als Highlight sehen, kriegt Elversberg als Tor abgeschlossen. Hangbo zweite Chance. Der Mann, der versucht zumindest. Das kann man sagen. Quäntchen Glück wird noch kommen. Was ein Ball von Katerbach. Oh mein Gott. Was war das für ein gigantischer Ball von Noah Katerbach. 66. Minute, Freunde. Der Februar-Bann ist gebrochen. Wir treffen wieder. Wir gucken uns den nochmal an. Katerbach. Schaut euch das mal an. Boah. Der war ein Traum. Und Jens Kastrop. Spitzer Winkel. Wir sind wieder zurück. Wir sind wieder da. 20 Minuten noch zu gehen. Da heißt jetzt weitermachen. Brown. Hangbo. Wieder Nathaniel Brown. Ball auf Thailand. Du Mann. Kriegt der den nochmal quergelegt? Kriegt er Katerbach. Oh. Das hätten wir ihm gegönnt. Das hätten wir ihm gegönnt. Ball geht nicht rein. Minute 70. Wir gucken mal, ob und wie wir wechseln wollen. Benito, Rahman auch noch mit einer 6-4. Julian, Kanya. Findet auch nicht so wirklich statt. Ich würde fast sagen, wir gehen auf kraftvolle Flanken. Ich stelle den Rahman vorne rein und bringe nochmal einen Okunuki. Die Benedetto, eine Option für Thailand, Du Mann. Nathaniel Brown mit der gelben wäre auch nochmal eine Option, ihn rauszunehmen, nochmal einen frischen Tim-Handwerker zu bringen. Oder einen Jannis Horn, aber tendenziell eher ein Handwerker. Ich werde mal noch warten. Ich werde mal noch warten. Es ist eine gute Phase. Schaut euch das da an, dem Matchmomentum. Es spielen ja nur wir. Ich gehe jetzt auch auf Offensiv. Feuer nochmal an. Minute 82. So, wir wechseln. Thailand, Du Mann lassen wir drin. Ich nehme einen Brown raus und bringe einen Handwerker. Ja, hauen das Passspiel nochmal ein bisschen auf Vertikaler. Ich werde nur auf die IVs abspielen. Mach auf Kaderbach auch nochmal angreifen. Und den Rest lassen wir. Also, was haben wir? Acht Minuten noch zu gehen in Nürnberg. Es bedarf jetzt eines Kampfsieges. Kann man das so sagen? Jetzt geht es nicht darum, irgendwas noch schön zu machen oder sonst was. Jetzt muss irgendwie dieser blöde Ball noch einmal über die Linie gedrückt werden. Fünf Minuten gibt es obendrauf. Bleiben wir auch dieses Mal ohne Sieg. Was ist das für ein blöder Februar, Freunde? Das ist das Hamburg-Syndrom oder was? Der Frühling kommt und wir können nichts mehr. Hangbo. Kriegt ihn nochmal. Möglichkeit. Du Mann! Da flutscht er da durch. Zwei Minuten. Ich glaube, es wird dabei bleiben. Allerletzte Aktion. Kaderbach. Kastrop. Nochmal Kaderbach. Flanke kommt rein. Okunuki. Geklärt. Da ist Tim Handwerker. Und dann ist es vorbei. Es ist kein schlechtes Spiel, das wir gezeigt haben. Das zeigt auch die Statistik. Sehr dominant. Gute Passquote. Sieben Ecken. Viele Abschlüsse. Sechs davon sogar aufs Tor. 1,31 der XG. Es fehlt einfach das zweite Tor. Es ist hinten dieser eine Fehler. Diese eine Unaufmerksamkeit. Und dann steht es 1,1. Es ist wirklich die Kacke, die wir so ein bisschen am Fuß haben. Bei der Anzahl an Chancen hätten wir das Spiel gewinnen müssen. Das kann man so mitgeben, Freunde. Wir bleiben zumindest mal auf Rang 3. Aber ihr seht, es wird knapper, knapper, knapper und knapper, Freunde. Der große Knabberspaß ist das. Meine Güte. Und jetzt geht es gegen Erda. Das macht es nicht leichter. So, wir gucken mal rein. Chan Usun. 2-3 Wochen raus. Wir kriegen gerade wirklich eine Hiobsbotschaft nach der anderen, Freunde. Ist das bitter. Wir gehen mal rein. Ich werde mal eine Mannschaftssitzung machen. Hatten wir die erst? Ne. Ich weiß, dass es zuletzt nicht einfach war. Alle sind nochmal angespornt. Das ist ja schon mal was. Unterstützung für den Trainer ist definitiv vorhanden. Und dann haben wir jetzt, wie gesagt, auswärts. Mittwoch 18.30 Uhr im Olympiastadion zu Berlin gegen Paldadai. Und die haben aus den letzten vier Spielen drei Siege geholt. Und die können auch treffen. 3-0 gegen Kiel. 3-2 gegen Darmstadt. Nur eine Niederlage auswärts in Paderborn. Schauen wir mal kurz die Heimbilanz an. Joa, ne. Die ist gar nicht so krass. Die ist gar nicht so krass. Okay, Freunde. Dann würde ich sagen, war es das soweit von mir für heute. Es ist weiterhin schwierig. Vier Spiele ohne Sieg. Ein Tor nur erzielt. Jetzt geht es gegen die Hertha. Und dann war der Zuhause Dresden. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Wir müssen schnellstmöglich wieder in Form kommen. Ich würde sagen, das war es für heute. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, trotz des Udegins, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst es nach oben und verpasst nichts. Checkt gerne die Links in der Videobeschreibung. FM kaufen, wenn noch nicht geschehen und wenn ihr Bock auf das Game habt. Danke für den Support an der Stelle. Und lasst gerne ein Follow auf Twitch da. Da startet dann, wie gesagt, Mitte nächster Woche auch unser wunderbar neues Projekt. In dem Sinn bin ich raus. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Genießt das Wochenende. Macht's gut. Bis dahin. Servus.